Ihr Hallöchen zusammen, ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr Tanzer und Forstelka bekommen könnt. Also hier seht ihr die Habitate, in denen Tanzer überall vorkommen kann. Und ich bin im Schmierhain, da kann man die eigentlich ganz gut finden. Ihr müsst aber an den Bäumen suchen, dort an den Ästen hängen die dran. Wenn ihr welche gefunden habt, dann könnt ihr mit dem Boost den Baum anrempeln und dann fällt es runter. Ihr könnt es aber auch mit ZL anvisieren und mit ZR den Ball werfen, um so den Kampf zu starten. Außerdem habe ich noch einen Platz gefunden, wo immer ein paar Forstelkas rum sind. Und zwar hier im Knusperwald. Am häufigsten findet man sie in dem kleinen See da. Und entwickeln tut es sich ganz normal, einfach ab Level 31. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris Athen, auf Wiedersehen!